Im Laufe der Geschichte galt stets das Ziel der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und Freiheit. Unser heutiges Verständnis von Gerechtigkeit und Freiheit ist das prägende Erbe der großen Verfechter, die sich für diese erhabenen Ideale geopfert haben. Ein Verständnis, das ohne deren Opferbereitschaft für die Herstellung dieser Ideale nie möglich gewesen wäre. Ein jeder Freiheits- und Gerechtigkeitskämpfer erfreut sich in jedem Winkel dieses Globus und in jeder Gesellschaft großer Wertschätzung. Menschlichkeit lässt sich nicht auf politische Grenzen einschränken. Über alle durch Menschen verzerrten und ungerechten Kategorisierungen hinaus fühlt sich jeder Mensch durch Menschlichkeit angesprochen. Jedes Schicksal zählt. Wir schulden allen großen Menschen in jedem Winkel der Welt Dank, der sich dafür geopfert hat, Freiheit und Gerechtigkeit zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Ahmad Shah Massoud, ein großer Gerechtigkeits- und Freiheitskämpfer, hat lebenslang gegen Aggression, Terrorismus und Totalitarismus gekämpft. Er war das mächtige Sprachrohr einer Nation, die durch Totalitarismus und Aggression in allen möglichen Ausprägungen wehrlos unterdrückt worden war. Auf dem Höhepunkt der Gewalt und Aggression setzte sich Massoud für Gerechtigkeit ein und blieb der Freiheit treu. Als die Großmächte den Terrorismus auf politische Grenzen einzuschränken pflegte, sprach er von dessen globaler Reichweite. Im Kampf gegen Al-Qaida, die Taliban, die durch totalitaristische Gesinnung entstandene Aggression der Nachbarländer, auf dem Schlachtfeld im Stich gelassen, kämpfte er allein gegen Terrorismus und religiösen Extremismus. Im letzten Jahr seines Lebens verdeutlichte er auf seiner Europareise erneut, wird Terrorismus nicht im Zaum gehalten, greift dieses schreckliche Phänomen auf die Nationen über. Die Großmächte ignorierten seine Worte, bis die Hand des Terrorismus die Kehle der Ersten Welt erreichte und die humanitäre Katastrophe vom 11. September 2001 sich ereignete. Und die Welt erkannte ganz plötzlich das wahre Gesicht des religiösen Extremismus. Für Massoud kam jede Hilfe zu spät. Zwei Tage vor den Ereignissen des 11. September starb er den Märtyrertod als Folge eines Attentats durch Al-Qaida-Selbstmordattentäter. Während seiner Kampagne setzte er sich unermüdlich für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Demokratie und den Frieden ein. Alle regionalen, globalen und politischen Gleichungen waren jedoch so aufgestellt, dass er zu seinen Lebzeiten die Verwirklichung des Friedens, der Menschenrechte und der Demokratie in seiner Heimat nicht miterleben konnte. Mit diesem unerfüllten Wunsch musste er aus der Welt scheiden. zu den Internet und zu den Weg, die Frage an, die Frage an, die Frage an, das Wasser schlug verletzen. Heute, die Frage an. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.